Freunde, was geht? Herzlich willkommen jetzt zurück zu CakeTV Uncard. Wir reagieren heute auf Unge. Der ist nämlich tatsächlich wieder zurück, meine Freunde. Und hat ein Video hochgeladen, wo war ich? Einige haben es ja schon mitbekommen, der ist jetzt wieder aktiv auf Twitter und so weiter unterwegs. Und jetzt gucken wir mal, was er hier in diesem kleinen Video zu sagen hat. In hoffentlich guter Qualität. Acht Monate ist es her. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nervös bin, aber ich bin jetzt ein kleines bisschen nervös. Ach, Chat, ich habe euch vermisst. Hi! Hi, hi, hi. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich mache einen kleinen Chat-Aufrund. Junge, was geht im Chat ab, Alter? Ist ja jetzt eingeladen, hallo. Ich habe ein bisschen, ich erzähle euch, was ich zu den letzten acht Monaten gemacht habe und warum ich erst weg war und so. Ja, ihr merkt schon, ich bin am Grinsen, weil ich bin tatsächlich, es ist so richtig surreal. Ich habe damit nicht gerechnet, dass so viele Leute hier jetzt einschalten. Ich habe auf YouTube nicht Bescheid gesagt, ich habe auf Instagram nicht Bescheid gesagt. Ich habe nur auf Twitter X kurz Bescheid gesagt. Ich habe auch erst gestern, glaube ich, gesagt, dass ich heute einen kleinen Test-Stream mache. Also, ist auch relativ spontan. Von daher, ich fange einfach mal an. Erstmal hoffe ich, euch geht es allen gut, Leute. Ja, was kann ich erzählen? Boah, viel. Viel kann ich erzählen. Also, erst mal von Herzen danke fürs Einschalten heute. Ist schon komisch, so vor Dezember. Aber, naja, das Ding ist, man darf halt nicht vergessen, also Unger hatte ja einfach psychische Probleme, ne. Also, das ist jetzt ja nicht so, dass der random weg war und ihr müsst mal überlegen. Black, dankeschön für den T1-Sub, für den T3-Sub, Decker, vielen lieben Dank. Ihr müsst ja auch mal überlegen. Also, Unger hat jetzt ja quasi sieben Monate gar kein Geld bekommen. Also, als ob er sich dann sagt, ja, okay, dann komme ich wenigstens im Dezember wieder. Und ich glaube auch nicht, dass er auf das Geld angewiesen ist, was es da extra gibt. Also, im November ist die CPM auch schon genauso hoch wie im Dezember. Also, von daher macht das ja gar keinen Sinn, ne. Vielen Dank, dass ihr gerade hier vorbeischaut. Ich freue mich sehr über die ganzen lieben Nachrichten. Und wie der Chat hier rattert, komplett krank. Ja, das erst mal ganz, ganz viel Liebe von mir zu euch. Und ich möchte heute ein bisschen was erzählen. Ich hatte ja schon YouTube-Videos dazu gemacht, dass ich so eine, ich weiß nicht, die Stimmung killen. Alles ist gut, macht euch keine Sorgen. Aber dass ich so eine Phase hatte, wo ich einfach down war, ja. Das habe ich lange mit mir rumgeschleppt. Ich glaube, ich fange da jetzt einfach mit an, das zu erzählen, damit alle, die verpasst haben, was überhaupt genau los war, mal ein bisschen jetzt wissen, was abgeht. Schon seit vielen Jahren fühle ich mich oft, oder habe mich sehr oft unwohl gefühlt, im Gegenwart von fremden Menschen oder generell vielen Menschen. Und habe versucht, sowas zu meiden. Ich habe natürlich im Laufe dieser ganzen YouTube-Zeit auch viel gemacht, wo man viele Menschen trifft. Zum Beispiel damals Longboard-Tour, da haben wir hunderte Zuschauer jeden Tag getroffen. Gamescom-Fantreffen, da habe ich auch tausende Leute getroffen, Fotos gemacht, Unterschriften und so. Und das war auch alles fein. Ja, wie soll ich das erklären? Es ist nicht immer alles, was man macht, 100% spaßig. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Haushalt führt, da muss man auch den Müll runterbringen. Wer hat Spaß daran, den Müll runterzubringen? Keiner. So, mir ging es so ungefähr mit sozialen Interaktionen. Also, es war jetzt nicht so, dass mich das total schlimm getroffen hat, wenn ich jetzt Leute getroffen habe. Aber es hat mir schon sehr viel diese Batterieenergie rausgesaugt, ja. Vielleicht könnt ihr es verstehen. Aber es wurde immer schlimmer. Also, früher war es noch entspannter. Man hat immer gemerkt danach so, boah, ich fühle mich jetzt nicht 100% wohl und ich bin ein bisschen kaputt. Es war alles noch okay. Es gibt halt Sachen, die gehören dazu und das macht man halt trotzdem. Ich habe es trotzdem auch gerne gemacht. Ich würde sagen, vor so zwei Jahren hat es angefangen, dass ich super, super ungerne rausgegangen bin. Ja, da muss ich halt sagen, ja, ich kann das auf jeden Fall auch verstehen. Also, ich fand Gamescom tatsächlich auch schon sehr, sehr anstrengend irgendwann. Also, die ersten Tage gingen, aber ich habe ja, ich glaube, Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag habe ich ja, glaube ich, dann auch noch gestreamt und gerade so hinter Halle 8. Also, du wirst ja wirklich alle paar Sekunden irgendwie erkannt. Und ich an sich, ich mache mit jedem Einzelnen wirklich gerne Fotos. Das ist gar kein Problem. Aber so auf die Masse hochgerechnet, wenn du jetzt an einem Tag dann 400 oder 500 Fotos gibst, beispielsweise, oder auch nur 300, 200. Und so, irgendwann ist es halt wirklich anstrengend. Du musst dann halt immer posieren und immer chillen. Und dann, ja, es gibt halt auch nervige Zuschauer, die dich damit irgendwas volllabern. Äh, Shoyoka, ne? Äh, lol. So, wisst ihr, das ist halt, also irgendwann kann das halt schon sehr nervig sein. Ähm, da kann ich, also bei Unger ist es vielleicht, also ist es natürlich dann nochmal schlimmer, weil der ja auch so noch psychische Probleme hat. Aber selbst mich hat das halt schon gut, ähm, mitgenommen, sage ich mal. Also ich war auch froh, als ich dann Sonntag wieder zu Hause war irgendwann. Ich habe mich ungern mit Leuten getroffen, selbst wenn es Kollegen waren, die ich schon lange kannte, ne? Also einfach weniger soziale Kontakte gehabt und so weiter und so fort. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ja schon darüber geredet. Es ist dann darauf hinausgelaufen, dass meine Sozialphobie einfach stärker wurde. So, sie wurde so stark, dass ich mich super unwohl gefühlt habe, rauszugehen, fremde Menschen zu treffen. Ich habe mich unwohl gefühlt, ans Telefon zu gehen, mit Leuten zu reden. Ich habe mich unwohl gefühlt vor der Kamera. Es ist super krass gewesen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, ich, ich, also, ich muss mich jetzt nicht so anstellen. Okay, ähm, das ist vielleicht eine Phase oder so. Es wurde immer schlimmer. Und dann musste ich für mich selber so eine, äh, einfach so eine Notbremse, ja, ziehen. Und, ähm, habe dann auch mir Hilfe gesucht dazu und habe auch versucht, daran zu arbeiten aktiv. Und das habe ich über die letzten, ja, so über die letzten acht Monate, äh, gemacht. Mir geht es seit, sagen wir mal, fast schon vier, fünf Monaten besser als die letzten zehn Jahre zusammen. Es war wirklich wichtig für mich auch mal diese Zeit zu haben, so nach zehn Jahren YouTube, Twitch, alles, Social Media, einfach mal so eine Auszeit so vor der Kamera zu haben. Ich will überhaupt nicht meckern, so, wisst ihr, das ist meckern auf hohem Niveau. Ich liebe das hier alles, ne, ich liebe das, weil ich weiß, wie privilegiert ich bin, dass ich, dass ich das hier machen kann. Und ich würde das für keinen Job der Welt tauschen. Ich liebe das, wirklich. Und deswegen habe ich auch in der Zeit, wo ich nicht vor der Kamera war, auf so einem kleinen Channel gestreamt. Ich habe da ein bisschen was rumprobiert, ich habe mit einem YouTube-Avatar auf Englisch gestreamt, einfach weil ich gerne weiter streamen wollte. Aber ich hatte, ich brauchte erstmal die Zeit für mich. Das heißt, ich habe weiter gestreamt, aber ich brauche... Vor allem war er da nicht auch sogar relativ bekannt am Ende. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer der mit Raik hatte. Ich brauchte erstmal so ein bisschen dieses Abstand von der ganzen großen Social Media Welt. Es hat mir sehr geholfen, ich habe auch aktiv wieder Kontakte gesucht. Ich habe zum ersten Mal seit fünf Jahren die Insel verlassen. Ihr wisst ja, ich lebe auf Madeira in Portugal und ich bin vor fünf Jahren hergezogen. Und ich habe fünf Jahre, nicht einen einzigen Tag, die Insel verlassen. Ich war keinmal mehr in Deutschland, ich war keinmal irgendwo anders im Urlaub oder irgendwas. Vielen Dank für den Klöscher. Und zum ersten Mal in dieser Zeit habe ich die Insel verlassen. Ich war im Urlaub, habe auch wieder mit Menschen mich unterhalten und so. Also es klingt alles so... Junge, er macht einfach Urlaub vorm Urlaub, Alter. Das Problem ist, wenn ihr noch nie in dieser Situation seid, ist es, glaube ich, so schwierig nachzuvollziehen. Wie gesagt, ich möchte mich nicht beschweren oder irgendwas, aber für mich war es einfach wichtig, diesen Schritt zu machen, dass ich für mich diese Auszeit genommen habe. Ich kann euch eine Sache sagen, mir geht es so gut wie, wie gesagt, wirklich Ewigkeit nicht mehr. Ich habe das Gefühl, also es klingt vielleicht cheesy oder so, aber ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe so viel gelernt in der Zeit, ich habe so viel über mich selber gelernt, weil ich normalerweise, wenn du in diesem täglichen Streaming-Flow bist oder wenn du halt Content produzierst, Content ballast, streamst, 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 dann hast du manchmal wenig Zeit für so eine Selbstentwicklung. Und in dieser Zeit, wo ich... Russian Reaper, wie wäre es, wenn du mal einen Stream schaffst, nicht komplett unangenehme Kommentare zu geben? Wenn ich jetzt weg war, habe ich so viel an mir selbst gearbeitet, ich habe so viel einfach dazugelernt, ich habe so viel Erkenntnis... Ich finde es halt krass, das haben ja auch viele YouTuber, dass die irgendwann so eine Phase haben, gerade wenn du das über Jahre machst oder so, dass du dann irgendwie auch mal eine Auszeit brauchst. Ich glaube, das Ding ist, gerade wenn du wirklich so täglich streamst, über sehr viele Stunden auch, ich weiß gar nicht, war ja jeden Abend online, das weiß ich gar nicht, Aber das kann, ähm, ähm, das kann er natürlich schon halt irgendwann belasten, ne, klar, man kann jetzt sagen, ja, normale Leute arbeiten auch fast jeden Tag und auch länger, ne, aber ich sag mal, gerade so dieses Online-Sein, du musst immer gut gelaunt sein, ne, du musst immer irgendwas machen, aktiv sein, und so, Cybermork, danke für den Prime-Sub, ähm, das ist, kann natürlich schon irgendwann einfach sehr belastend sein, ne, gerade auch dann vielleicht mit dem Druck, ne, man muss immer abliefern, man muss immer coolen Content machen und so, ne, da kann ich auf jeden Fall verstehen, ähm, ich weiß gar nicht, wer war denn der Letzte, der gegangen ist hier, dieser, Das ist auch schon ein paar Monate her, ähm, auch so ein großer YouTuber, macht so Lifestyle-Connen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da gibt's halt viele, ne, die irgendwann wirklich mal so eine, so eine Auszeit sich einfach mal nehmen, Matthew, Dankeschön. Und, äh, auch wenn das vielleicht irgendwie kitschig klingt oder so, aber es war für mich wirklich eine, das war für mich so ein richtiger Schritt nach vorne, ich hab das Ganze hier auch vermisst, so ist es nicht, aber ich, es war für mich sehr, sehr gut, mal ein bisschen Abstand zu haben, vor allem nach so einer langen Zeit. Um das jetzt zusammenzufassen, mir geht es wirklich sehr, sehr, sehr gut, aber ich hab diese Pause gebraucht, ihr müsst euch überlegen, ich mach seit 2013, äh, das Ganze hier Vollzeit, ne, also YouTube, Twitch, Social Media und so, und ich bin der Letzte, der sagt, boah, das ist alles so harte Arbeit, im Gegenteil, weil ich denke, die Leute, die es irgendwann schaffen mit YouTube, Twitch, whatever, TikTok, was auch immer die Leute halt im Internet machen, wenn die Leute es schaffen, damit irgendwann ihr Geld zu verdienen, ist das komplett krank und komplett heftig und ich weiß das so zu schätzen, dass ich diese Chance bekommen hab, davon eben überhaupt leben zu können, weil ich würde das wirklich, wirklich für keinen Job der Welt würde ich das eintauschen, aber nach... Na ja, Präsident vielleicht schon, oder? ...10 Jahren, durchgehend ballern, ihr müsst euch überlegen, umgeklickt hab ich, ich weiß nicht wie viele Jahre, fast jeden Tag gemacht und so, es gab ganz wenig Pausen und dann hab ich irgendwann im, im letzten Jahr auch angefangen, mal Freitag, Samstags mal freizunehmen und solche Sachen, ich brauchte einfach so ein bisschen Pause und ich, ich hab auch gemerkt, jetzt, es ist sehr, sehr gut, also wirklich, alles tipi, topi, noch ne Sache, an alle, die jetzt grad, äh, eingeschaltet haben, am Donnerstag? Ja, also ich weiß nicht, ich würde auch nicht sagen, dass das Influencer-Sein harte Arbeit ist, ich würde sagen, es kommt doch immer selber drauf an, so, ich finde, wenn du Spaß an Dingen hast, dann siehst du sie nicht wirklich als Arbeit, also ich zum Beispiel hab das auch, wenn ich im Urlaub bin, ich war ja zum Beispiel im Mai mit meinem Trainer und unseren Kindern im Urlaub und, äh, ich war halt nur vier oder fünf Tage da, ne, weil ich auch nicht so lange konnte und ich hab halt wirklich so innerlich gemerkt, dass ich richtig Bock hatte, wieder nach Hause zu kommen, damit ich arbeiten kann, so, das ist eigentlich voll dumm, aber so, ich bin halt einfach auch kein Typ, der jetzt einfach sieben Tage chillt, ne, auch wo ich jetzt mit Noah im Urlaub war, hab ich mir auch so irgendwann so gedacht, boah, warum lässt er sich nicht in die Kinderbetreuung abgeben, ich würde jetzt eigentlich gerne so ein bisschen Videoscript und so machen, weil es halt einfach Spaß macht, ne, ich sag mal, es ist halt, es kommt natürlich auch immer auf den Content an und so, den man macht, ne, Jules zum Beispiel, was Jules macht, ist halt, also, das ist halt geisteskranke Arbeit beispielsweise, ne, und, ähm, ja, ich sag mal, wie hart Arbeit ist, lässt sich ja auch nicht nur da, davon abmachen, sag ich mal, ob du dich jetzt körperlich bewegst oder nicht, es kann ja auch psychisch zum Beispiel sehr krass belasten, ne, ähm, das kann auch psychisch natürlich sehr krass belasten, ne, und, ähm, ja, deswegen, äh, weiß ich nicht, es gibt halt so verschiedene Arten, deswegen kann ich Unger auf jeden Fall verstehen, gerade wenn man da dann noch andere psychische Probleme hat und so, ne, dass es dann natürlich auch sehr gut tun kann, sich mal eine Pause zu nehmen über ein paar Monate, ne, das Ding ist, das können sich aber auch die wenigsten leisten, das muss man dazu sagen, ne, also, ich wäre pleite, wenn ich jetzt sechs Monate nichts machen würde. ...um 22 Uhr deutsche Zeit startet so ein neues WoW-Add-On, das heißt Season of Discovery, auch für alle Nicht-WoW-Spieler, wir spielen das zusammen mit Powerplatte und mit Tashi12 und ich sag euch ganz ehrlich, im deutschen Raum gibt's viele süße Streamer, viele geile Leute, aber mit Tashi und Powerplatte, wirklich, die beiden, die liegen mir sehr im Herzen und dass die beiden gesagt haben, Jo, lass das zocken, ey, das ist für mich so, ich hab mich so gefreut, ich dachte mir, oh mein Gott, ey, so geil, wirklich, so, so geil und, ähm, ja, wir werden am Wochenende durchballern, ich glaube auch für Nicht-WoW-Fans könnte das eine coole, könnte das eine coole... Er ist gar nicht wiedergekommen, weil er, äh, weil es ihm besser geht, sondern einfach nur, weil das neue WoW-Add-On draußen ist. Boah, ich weiß, ich muss tatsächlich sagen, also ich war früher auch, also ich hab echt viel gezockt, ne, also Counter-Strike, League of Legends und so, also all das, somit man halt immer die meisten Frauen geklärt hat, ne, gerade League of Legends, Bruder, ne. Ähm, das Ding ist, äh, so WoW hat mich nie so krass mitgenommen, tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum, ich hab das auch schon, äh, schon gezockt gehabt, doch so relativ aktiv mal, aber es gibt ja echt Leute, die irgendwie dann den ganzen Tag so hervorgesessen haben, also ich finde, es ist irgendwann immer das Gleiche, ich weiß, dafür werde ich wahrscheinlich gehatet, aber es gibt gefühlt fünf Arten von Quests, die du machen kannst, dann, äh, keine Ahnung, machst du irgendwelche Dungeons, so, ich weiß jetzt, irgendwann war das für mich irgendwie halt immer das, immer das Gleiche irgendwie, irgendwie, deswegen fand ich das immer ein bisschen langweilig, aber Leute sagen ja auch, ne, es kommt auch drauf an, also das Spiel geht quasi erst los, wenn du das höchste Level erreicht hast, ähm, ich war immer zu vor, ich hab so nach 20, 30 Leveln war es mir zu langweilig, weil du machst mit dem Charakter immer das Gleiche, Eisblitz, Feuerball, Tod, Eisblitz, Feuerball, Tod, so, und, äh, das wurde mir irgendwann immer zu langweilig, deswegen hab ich spätestens nach so 30 Leveln immer einen neuen Charakter gestartet, äh, cooles, äh, so ein cooles Wochenende werden, es wird auch andere Sachen außer WoW geben, die nächste Zeit, keine Sorge, aber WoW, ihr wisst, das ist meine Liebe so, und, äh, vor allem noch mit Powerplatte und mit Hashi das zu zocken, oh mein Gott, ich freu mich so sehr, genau, ungeklickt, viele haben gefragt, wird's wieder ungeklickt geben, das ist eine Sache, die muss ich mit euch zusammen besprechen, und das ist auch so eine Sache, die hat mich ein bisschen ausgebrannt, so wie es vorher war, dass wir jeden Abend ungeklickt machen, es ist mir irgendwann zu viel geworden, ihr habt's sehr... Bruder, einfach ungeklickt machen, und einfach einen Abend immer nur auf KuchenTV-Videos reagieren, ich würd's fühlen. Ich hab einfach gemerkt, die Leute, die von damals, äh, da waren und immer dabei waren, es ist nicht immer jeden Tag genug geiler, geiles Zeug da, dass man wirklich ein geiles Ungeklickt machen kann, also, wenn ich was mache, möchte ich 100% dahinterstehen, und bei Ungeklickt haben wir uns oft Videos angeguckt, wo ich mir dachte, ja, keine Ahnung, hab mich jetzt nicht abgeholt, oder wir haben uns oft Meme-Compilations angeguckt, oder solche Sachen, weil es einfach, wenn man's jeden Tag macht, nicht genug gab. Ich denke, wir werden das so machen, dass es zwischendurch mal kommt, wenn's passt, vielleicht wird's auch, äh, einmal in der Woche einen festen Tag geben, und auch sonst zwischendurch, wenn man grad Bock hat, oder vielleicht grad im Spiel nix zu tun hat, oder whatever, dann wird's auch Reactions geben, es wird auch Ungeklickt geben, für die Leute, die das vermissen, klar, aber ich möchte meinen Fokus hier auf Twitch auf Gaming auslegen. Warum? Weil ich... Ja, aber find ich gut auf jeden Fall, find ich, äh, find ich korrekt. Bei mir ist halt genau das Gleiche. Ich nehm mir ja auch immer vor, täglich zu streamen, und wenn ich mal ne Woche habe, wo ich tatsächlich mal täglich streame, die Anfang-Streams gehen auch, weißt du, wenn du mal so ne Woche da nicht online warst, dann, keine Ahnung, hast du halt irgendwie 50 Videos oder sowas, die einfach irgendwie auf der Strecke geblieben sind, wie schlechte Autos, von Audi beispielsweise, und, ähm, dann kannst du halt voll viel aufholen, aber ich hab das auch irgendwann gemerkt, so, also, irgendwann ist es halt, du hast einfach nichts mehr. So, weißt du, dann guckst du dir irgendwelche Billig-Videos irgendwann an, weil du dir auch so denkst, so, ja, bro, ich muss jetzt halt irgendwie Reactions rausballern, deswegen finde ich da tatsächlich halt sehr gut, dass du das, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei, dreimal die Woche macht oder so, dann halt dafür da ordentlichen Content guckt, anstatt, dass das so gezwungen ist, dass man das jeden Tag macht, ne. Also bei mir sehe ich da tatsächlich genau das Gleiche. Gibt halt wenig YouTuber, die gute Videos machen, ne, wenn ich nur drei Videos die Woche hochlade, was willst du gucken, so. Das Gefühl hab, diese ganze, äh, Just-Chatting-Rubrik ist so groß geworden, äh, Wir hatten in der letzten Zeit tatsächlich Kontakt und hat auch gesagt, dass ich ihn gerne besuchen kommen kann, wenn ich mal auf Madeira bin. ... und so normal geworden, ähm, dass ich wieder ein bisschen dieses Gaming einfach zurückbringen möchte. Ich hab einfach Bock da drauf. Es wird auch Just-Chatting geben, es wird auch Reactions geben, aber meinen Fokus möchte ich auf, auf Gaming legen. Das ist mir einfach, äh, klar geworden und da hab ich einfach, hab ich einfach gigabock drauf. Ich denke, wir werden eine gute Mischung finden. Ich hoffe, ihr habt den kleinen, äh, Stream, unser kleinen Talk hier genossen und, ja, ganz viel Liebe, wir sehen uns morgen oder allerspätestens übermorgen. Und wenn ihr, äh, Twitter benutzt, folgt mir. Da bin ich aktiv. Giga-aktiv. Ich wünsche dir nur noch einen schönen Abend. Haut rein. Kuss, mein Lieben. Kuss, 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 kuss. Und wann hast du vor, Madeira zu sein? Naja, ich hol jetzt gleich meinen Sohn ab und dann kommt auch schon der Flieger. Ja, also wie gesagt, ich find's auf jeden Fall sehr nice. Freut mich, dass er wieder zurück ist. Hoffentlich zieht er durch. Und, äh, dann können wir endlich mal Feiergurten in den Unge-Chat reinposten, ne? Und dann gucken wir mal. Vielleicht sehen wir auch mal den echten Elvis Presley. Ach ja. Ja, schön, dass du zurück bist, Bro.